Bewilligung zu Jesus Christus, der gekommen ist, das Reich des Friedens in dieser Welt aufzuzurichten. Wir begen für die Opfer des Tarkos, für die Hinterbliebenen und die Verbundeten, dafür nicht ohne Trost bleiben. Wir beenden für die Menschen, die auf der Freude sind, um ihr Leben zu retten, dass sie Schutz und Hilfe erfahren. Wir beenden für die Verantwortung, die Israel und die Israel und die Israel und die Israel und die Israel. Dass sie alles da ansetzen, zu einer gerechten und friedlichen Lösung zu finden. Wir beenden für die unzähligen Menschen, die weinen und reinen der Welt, die ausgebeutet werden. Wir beenden für diejenigen, die unter den Resistenz-Milion leben, dass die Bemühungen in Politik und Wirtschaft raus sind, gerechtere Strukturen zu schaffen. Wir beenden für diejenigen, die in die Israel und 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 die Israel. und zum Werkzeug deines Übrigen zu kommen. Abba, Abba, Deine Welt! Abba, Abba, Deine Welt! Abba, Deine Welt! Wir bitten für uns selbst, dass wir dort, wo wir leben, friedlich miteinander aufgehen und zur Versöhnung bereut sind. Abba, 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 Deine Welt! Abba, Abba, Deine Welt! Abba, Abba, Deine Welt! Abba, Deine Welt! Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie für immer im Reich des Lichtes und Friedens gebraucht sind. Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie für immer im Reich des Lichtes und Friedens gebraucht sind. Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie für immer im Reich des Lichtes und Friedens gebraucht sind. Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie für immer im Reich des Lichtes und Friedens gebraucht sind. Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie für immer im Reich des Lichtes und Friedens gebraucht sind. Wir bitten für unsere Verstorbenen, dass sie für immer im Reich des Lichtes und Friedens gebraucht sind.